Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Dann auf der Phasenweite zeigt er gute Aufmerksamkeit. Schön, dass er das insgesamt noch etwas besser durchhalten würde. Er geht gerade und geschlossen am Fuß der Hundeführerin mit. In den Wendungen noch etwas geschlossener mitgehen, da wird der Abstand ein bisschen größer. In der Gruppe insgesamt etwas aufmerksamer mitgehen, da bleibt auch etwas zurück. Und beim Halten muss er sich auch ohne Hilfen absetzen. Die Übung ist insgesamt im hohen Gut, auch in der Freifolge. In der Gruppe insgesamt noch etwas geschlossener mitgehen, sich beim Halten hier schneller absetzen. Auf den Graden sieht man dann das gleiche Bild, zeigt sich arbeitsfreudig, geht. Gerade mit Phasenweite etwas geschlossener mitgehen, auch hier Phasenweite die Aufmerksamkeit noch etwas besser durchhalten. Und die Hundeführerin zeigt dann leider nach der zweiten Kehnwendung keinen Anhalten. Übung aber insgesamt ebenfalls im Hut. Beim Hinsetzen und Sitzenbleiben zeigt er uns eine aufmerksame Übungsentwicklung. Bekommt dann allerdings das Hörzeichensitz schon zum Anhalten. Hier muss er sich ohne Hörzeichen absetzen und dann gibt man das Hörzeichensitz nochmal, um den Hund da zu bannen. Er sitzt dann aber ruhig und stabil bis zum Herantreten. Die Übung ebenfalls im Hut. Ablegen im Verbindung mit herankommen. In der Übungsentwicklung auch geht er aufmerksam mit. Setzt sich dann beim Anhalten schnell ab. Muss sich auch Hörzeichen noch etwas schneller legen. Er hat nicht so viel Zeit, bis die Hunde führen. Das Hörzeichen ist bis zuerst nicht die Gehefahrt. Also da muss er dann doch etwas schneller runterkommen. Die ruhig und sicherheit kommt dann beim Abruf. Und wir merken sehr zielstrebig. Ich habe echt gedacht, der überschlägt sich. Ich dachte, die Hinterhand wollte schneller laufen als die Vorhand. Aber das war echt beeindruckend. Sitzt gerade vor. Muss dann den Abschluss noch etwas nicht dann zur Rundeführerin zeigen. Das ist ein Ruhe. Sehr gut. Beim Ablegen und der Ablenkung liegt er ruhig und sicher vom Anfang bis zum Ende. Diese Übung ist von südlich. Heute die Unterordnung bestanden mit sehr schönen 54 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.